Hi, ich bin Moritz Zimmermann, 17 Jahre alt und das hier ist meine Generation. Generation Z. Unbegrenzte technologische Möglichkeiten. Und was machen wir damit? Faceswap. Das ausrechnet du jemals irgendetwas reißen musst. Alle erfolgreichen Menschen waren mal unbeliebte Nerds. Nerdtoday, Bosstomorrow. Und was ist der Plan? Wie verkauft man Drogen im Internet? Boom. Okay, das ist der kriminellste Gedanke, den du jemals hattest. Ich hab gehört, dass sie Ecstasy verkauft. Ecstasy verkauft. Egal wohin, wenn das klappt, dann können wir machen, was wir wollen. Regel Nummer eins vom Shop. Wir verlieren kein Board über den Shop. Ist Fight Club? Ja, hab ich den gesehen. Wie viel willst du für einen Abend? Alles. 21 Bestellungen in drei Tagen. Wurde sie vielleicht heute Abend ein bisschen fein? Das ist er. Mein Moment. Willst du Moritz schlagen? Ja, mal sehen. Okay, dann komm rein. Ich hab zum Dealer noch gleich das restliche Geld gebracht. Ja, wo ist die Kuhle? Ich geb Ihnen das restliche Geld bald. Leider falsche Antwort. Ich geb's Ihnen jetzt sofort. Ah, sorry. Die Antwort war eigentlich richtig. Doch, doch, das ist genauso passiert. Einer, das ist von der Steuer Agung durchsprachiert. Die Steuer geht. Und das ist die Zeit, die Zeit. Die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeitung. Die Zeitung zu beenden, die Zeitung ist. Das ist das, was sie简 zu passieren. Das heißt, die Zeitung ist zu tatsächlich zu funktionieren. Und das ist die Zeitung. Und das ist die Zeitung. Das ist das, dass du gerade passiert. Untertitelung des ZDF, 2020